Musik Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute endlich pünktlich um 10. Eine Folge mit der Crew. Jungs im Übrigen sind noch nicht alle nachgejoint, passiv an der Stelle. Mit dabei ist Horny, Danny, Uwe und Momo. Man kennt sie. Carsten ist leider nicht mit dabei, der hat irgendwie keinen Bock aufs Game oder auch wieder nicht. Ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall. Haben ihn gefragt, er hatte leider keine Lust. Schade an der Stelle. Ja und wir werden jetzt den Schlachtmodus, den Battle-Mode zocken. Ich muss auch gestehen, wir haben gerade schon aufgenommen, aber es ist ein bisschen doof gemacht, denn wie ihr jetzt sehen könnt eventuell. So, ich kann jetzt einstellen, Zufall, wartet, wo ist das jetzt? Zufallsschlacht, aber dann kommen auch Modi wie Räuber und Gendarm, die wir persönlich in der Crew nicht so feiern. Das heißt, wir machen jetzt vier Runden Münzenjäger und ja, schade, dass man das nicht so einstellen könnte. Ist ja auch scheißegal. Wir machen jetzt vier Runden Münzenjäger. Es wird fleißig gewertet. Schuldenstand ist, ich habe 30 Euro Schulden bei Danny. Man kann hin. Auch eine ganz neue Situation. Und ja, lasst auf jeden Fall ein Like auf das Video, wenn ihr euch freut, mit der Crew hier zusammen am Start zu sein. Ich muss auch gestehen, wir haben in der Konstellation so noch nicht in der Vergangenheit gezockt. Horn hatte Probleme mit seiner Konsole, dies, das ist auch scheißegal. Auf jeden Fall heute wieder pünktlich und in Zukunft auch um Zähp-Uhr mit der Crew. Sie ist wieder zurück, Freunde. Ich würde sagen, Freunde, seid ihr ready oder was? Let's go, Leute. Das Cash wird eingesackt. Ach, deine Mom wird eingesackt. So, Freunde, erste Runde und Danny hat einen spontanen Einfall gehabt. Und zwar haben wir am Ende der Runde eine gewisse Münzenanzahl. Und derjenige, der von uns beiden dann erster ist, oder über einem ist, der halt, oder wie soll ich sagen, wenn du... Naja, ich weiß, was du meinst. Wer mehr hat einfach. Gewonnen und der, der halt nicht so viel hat, muss demjenigen die Münzenanzahl in Euro bezahlen. Geile Ding. Richtig gut, Digga. Das ist ein Leckerbäulchen. Ja, finde ich auch. Ich fahr auch mein Leben, Digga, um die Donations. Das heißt, nur mal kurz, kurz für euch als Erklärung. Oh, wer fickt mich denn da? Ich habe am Ende der Runde 20 Münzen, Danny hat 19, dann muss er mir 20 Euro zahlen. Wie korrekt, Digga. Das war eine ganz gute Idee, oder? Das ist ein Leckerbäulchen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wo hier die Münzen sind. Ähm, ähm, Dings, sagst du, wie heißt der Mut hier nochmal? Ja, ich weiß auch nicht, Digga. Ich muss... Auf der Map habe ich es halt noch nie gezockt. Digga, ich fahr meine eigene Bananen, ich hab's mal in den zwei Münzen, Digga. What the fuck? Wer wollte du anderen? Verpisst sich, Danny, du Hund. Ey, ich weiß nicht, wo die Münzen hier sind. Scheiße. Ist so schlecht zu fahren. Homo, wie viel hast du, Münzen? 10? What the fuck, du Hund? 10 Münzen. Oh, da oben, die einige Münzen, kommen die um uns auf ganz entspannt. Oh, Digga, da wollte jemand von hinten auf 31. Aber keiner wollte unser erster werden, also ist die nur unter uns beiden, ne? Genau, richtig. Ja, natürlich. Na gut. Man rutscht auf den Farben verlaufen. Oh mein Gott. Ach so, das kann sein, deswegen fühlt sich das immer so scheiße. Ja, das tut. Homo backt hier voll rum, Digga, bist du gerade gegen die Land gefahren, Momo? Nee, ne. Anzeige. Ich spreff mich mit meiner Grünen selber, Digga. Die korrechten Motte. Ich hab mir grad die Krone wiederholt, Digga. Oder auch nicht. Jetzt ist sie wieder weg. Ey, mach dich, ey, wer war das? Verpisst dich, lass mich in Ruhe. Ich will deine Krone. Ach, Montel, Montel, komm her. Ich hab da geh ich jetzt, oh Montel. Nein, machst du nicht. Komm her, Montel. Oh, drei grüne, Montel, auf deinen Nacken, Digga. Komm her. Alter, Mann, ich knapp. Ey, Mann, Mann, Mann. Ich werd hier durchgereiht wie Dennis Marven. Das wird ne saftige Runde, Digga, hier, Montel. Wie viele Münzen hast du denn? 20, Digga, 24. Du laberst. 12. Ja, Montel, nötigy. Ey, Mann, Benni. Du bist auf dem Ersten, ne? Was? Du bist auf dem Ersten? Keine Ahnung. Ich glaube denn, eh, hä? Ich hab vier Münzen, Danny. Oh, 16, Montel, Montel. Ich geier, ich geier, und dann wie ein Geist. Och, Mann. Das wird ne Sorge, Bär. Ah, Mann, ne? Ich hab eine Münze. Paypal, Paypal-Konto-Standis Real, sagst du? Wie lange noch, 41 Sekunden? Digga, es werde ich absolut verloren. Ja, ich grad nicht. Alter, Uwe hat so viel, äh, Münzen am Stüffel. Hast du doch, der Bär, ne? Mann, wie kannst du? Ne, ich sag nicht, die Münzen. Äh, nein! Das gibt's doch nicht. Kann ich jetzt Fingerboos machen, bitte? Uwe, komm her, hier. Ja, Uwe! Da wirst du abgeh... Oh, 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 oh! Ey, was ist das denn hier? Ich mag das. Du Bastard, Alter, Mann. Dinger, ich werde drittig Minus gehen hier, Freunde. Ich stehe kurz ne Extrarunde für die Münzen da, die erlangen. Ey. Ey, Mann, die... Oh! Oh, Mann, warum hab ich dich getroffen? Ey, Mann, hör auf, Digi! Nein, nein, nein! Hey, Mann! Digga, ich hab sechs Münzen. Denny, wie viel muss ich dir zahlen? Wie viel hat das so? 14 Euro. Das ist saftig. Digga, ich will nicht mehr wenden im Battle-Mode, Mann. Das find ich scheiße. So ne Kacke, ey. Naja, neue Runde, neues Glück. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Denny, im gleichen Spiel? Ja, Digga, das war richtig Laune. Übrigens, wir sind jetzt im Schuldenstand von 44 Euro. Oh, der doppelte Lifestyle. War das nicht schön? Aber ich werde dir nicht ein bisschen zurückzahlen davon. Ja, 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 ja. Dann bist du auch nicht immer aller Zeiten. Ja, ich weiß. So. Mögens des Menschen, übrigens wieder. Geile Karte. Oh, du Hund! Ne, ne. Dafür hab ich leider gerade gar keine Zeit, Denny. Ich hab keine Ahnung. Das ist jetzt echt ein bisschen problematisch. Ich weiß wirklich gerade nicht, wo hier die Münzen sind. Alter, wie viel, wie viel... Du musst auf die Karte gucken. Ey, guck mal, wo ich hier längst fahr. What? Ey, wo komm ich denn hier runter? Also, die Mads teigen keine Münzen an, Digga. Nichts los. WTF? Der hat schon 60 Münzen. Was? Wieso sind hier keine Münzen, Digga? Sind die nur in der Mitte, oder was? Da müssen wir uns gegenseitig jetzt abschießen, so einen auf dem. Da sind zwei. Hä? Was ist das denn? Jetzt fahren sie wieder. Das sind zwei Münzen, Freunde. Ich hab acht aufgesammelt gerade. Ey, hier... Ey, Horni, Mann. Oh, ich hab... Hier, Momo, frisst das! Ah! Oh, das war Horni... Ja, guck mal hier in den unten! Korrekt! Alter! Digga, wie viele Sachen hier gerade. Oh! Aua! Alter, lass dich bitte... Ey, zweimal in eine Bombe reingefahren. Daddy! Hey, lass mich her. Was ist hier? Wer hat ein Problem? Ha! 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 Das war so knapp! Daneben saftig Münzen hier. Gleich... Ouh! Meine Güte. Äh, Münzen, Digga. Ja! Okay, ching, Junge. Jetzt zieh ich durch. Fick ich jetzt, Digga. Nein, Digga! Dich, ey! Ey, die Münze ist weggespawnt! Ja, die gehen dann weg, Digga, irgendwann. Oh, die Münze ist nicht geil. Sieben hier alle, Alter. Ey! Oh! Ach, schade. Ey, das gibt's doch nicht, Alter! Wo seid ihr, Alter? Hier, komm! Ey, du Ruhe! Ja! Gefällt dir das, Daddy! Ich hab gesagt, die Ficke! Oh, Mann, Alter! Ich war die ganze Zeit wieder so entspannt! Nein! Oh! Ehrenmann, das so eine Güte gefahren hat. Monty, verpisst dich, Digga! Ja! Oh mein Gott! Ey, das ist zum Kotzen, Alter! Was für so ein Drecksmodus, ey! Ich war aggressiv vorne! Ja, Digga! Oh! Ja! Meine Pflanze! Oh ja, geil! Gib mir dein Money! Ja, du! Der steht dir recht! Gib mir die Münzen wieder, Alter! Hey, Felix! Komm schon! Alter, ich bin an der Münze vorbei gefahren! Alter, ich bin so angespannt, ne? Ja, ich auch, Digga! Ich hab auch eine Münzen, Mann! Komm schon! Gib mir noch was! Wo sind die Münzen, Alter? Geiger Schmau! Die Horni abfackt, weil er keine Münze hat! Er greift einfach jeden an! Ja, was soll ich denn sonst machen? Achtung bei dich, Bruder! Ja! Ich hab ohne die Bringe überhaupt nichts, Digga! Jetzt fick ich dich noch kurz! Achtung, bock! Oh, nein! Nee, Digga! Keine Zeit dafür, Mann! Ich muss los! Montel ist das erste! Oh, ich muss Montel auszahlen! Ja! Digga! Ich war so angespannt! Meine Hände sind sowas von schwitzig! 16 Münzen hatte ich, Danny! 200! Auf wie viel Schulden waren wir? 28 sind wir jetzt, Digga! 28! Ja, Freunde! Das macht Spaß! Neue Runde! Neues Glück, Alter! Richtig geil! So, Freunde! Dritte Runde! Mond Connolly! Auf der Map, Digga! Das wird auch richtig spannend! Das ist geil! Ja, ich würde sagen, let's go! Es macht übelst Laune, Freunde! Ohne Scheiß! Ich hoffe, euch gefällt es auch! Auch das Wetten, was jetzt gerade mit Danny macht, macht übelst Laune! So! Ich würde sagen, let's go! Digga! Direkt mal hier! Oh! Guck mal, jetzt kommt man hier! Ich hab keine Münze! Oh! Alter, hier zu brennen ist so heftig! Hey, du Hund! Hey! Hey! Oder was auch mal interessant ist, wenn man so ein Münzturnier macht, Digga! Und am Ende, der halt die meisten Münzen gewonnen hat, der kriegt den Betrag sozusagen irgendwie ausgezahlt, weißt du? Meinst du, alle von allen Runden zusammen oder was? Jungs! Ich bin so angespannt, sorry, falls ich nicht so viel rede, aber ich bin... Ich muss mich so konzentrieren! Digga, die Hügel sind hinterlistig, finde ich! Oh! 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 So Mond mäßig halt, ne? Nein! Ich komme hier an die Scheiß Münzen! Digga, wie kannst du mich denn von der Seite mit einer verschissenen Banane treffen? Du, der Banan-Wammler, Digga! Hau ab mit der Zeit! Die Bananen fühlt sich einfach bei dir wohl, Digga! Weißt du, wie hingehört ich? Hey, was soll das? Hey, was soll das? Oh, da liegen sie noch! Hey! Keching, keching! Hey, wer macht den einen Wurf damit, den Dings, Alter! Oh! Oh! Hier wird abgesagt, Freunde! Oh! Digga, bin so angespannt! Keiner fällt die Mitte bei Angst! Ja, Mitte ist gefährlich, ja! Mitte ist gefährlich! Ja, Mitte ist gefährlich! Ja, Mitte ist gefährlich! Oh! Mond ist erst da wieder auf still, okay! Nee! Auaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Die Kohlien dummfotzen! Oh, der Königmeister! Alter, ey! Oh, der Königmeister! Ah, das muss ich weg! Denny, wie viel hast du? Nee, sagst du nichts, sagst nicht! Sagst du nicht! Sagst du nicht! Nee, aber es ist für die Zuschauer auf jeden Fall auch spannender! Das ist gefährlich hier in der Mitte Aber in der Mitte sind nur noch Münzen Wir müssen uns gegenseitig attackieren, dass Münzen kommen Ach Momo, ohne Scheiß, du bist ein Stück Abfall Komm mal her, komm mal jetzt hier zu Fabi Ja geil, das gefällt mir Keine Münzen mehr, noch neun Sekunden, ich hab definitiv verloren Alter Moi, du Hund, Mann Ich glaub, Danny, ich hab so wenig Münzen Ich glaub nicht, dass du noch gewinnen kannst Wie viel hast du, Danny? 17 Münzen Ich hab 14, ja, oh 17 Münzen, du Stück Scheiße Ich hatte 22, die Donations, ich such sie Oh, wo bleiben meine 48 Euro? So eine Scheiße, Freunde Naja, neue Runde, letzte Runde Let's go So Freunde, neue Runde, neues Glück Auf der Karte ist natürlich am geilsten Sind wir mal ganz ehrlich Jeder von uns liebt diese Map hier Deswegen haben wir uns sie auch zum Schluss dann aufgehoben Die Stotteranfälle Ich muss jetzt hier nochmal abcashen Hier weiß ich auch, wie es läuft Im Grunde Ich auch Ich hab auch keine Taktik Meine Donation Taktik hier Ja, ja Ey, wo sind die Münzen? Aha, gut So, komm, Freunde Jetzt machen wir hier ja Im Münzen-Reich Mitte ist hier aber auch Sperrgebiet Eigentlich, ne? Nee, der ist ganz ekelig, Digga, find ich Aber Wo seid ihr? Ich hab da Kirch mal ein bisschen abfacken Komm schon, Freunde Ah, da ist er, da seid ihr doch Komm schon, wir müssen das zu safe machen Klein, Uwe, die anvisiert Komm her, Uwe Die Pop ist halt, Bruder, du weißt Komm her, Uwe Ich darf bloß, also der Modi ist an für sich nice Aber wenn du attackiert wärst und durchgereicht wärst wie eine Schlampe Gerade, gerade zum Schluss so Das ist halt echt belastend Du bist so ein Mist geworden Das ist doch echt Ich krieg nicht Oh, ne, bist du schlecht in der Modi, hä? Da liegt noch zwei von mir Ach, ich bin weg Ich krieg nicht eine Münze Ja, ich sammle mich jetzt Oh, hol die, Digga, ja Alter, das Horny ist absolut Broke, sagt, hä? Ja, auch Horny Ihr wisst, was ihr mit dem Pilz machen könnt, ne? Ja, in Gena reinfallen, oder? Mäßig Ja, genau, richtig Glaub mal, dann eine Münze oder mehrere? Äh, mehrere, Digga Oh Das ist geil, Digga Wer wird auch 100 Kubik für wieder, oder? Monty, oh, du Geier, Alter Oh, verpiss dich, Danny Ey, du Stück Abfall Komm her Ach, du bist ein... Ach, so eine Scheiße, Alter Mann, 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 Mann Jetzt muss ich in die Offensive gehen Geht nicht anders Komm her, ich such die Nummer Ja, mach das Ich hab noch eine Rote am Arsch Mann, Alter Ach komm, ich hab's eben noch gesagt Jetzt bin ich da durchgereicht, die eine Schlampe Das geht gar nicht Oh, hier kommt die Mann Zack Oh, nee, Digga, das war knapp, Digga Wer wollte ich deine mitgeben, Digga? Zum Nachdenken Ey, eine Minute noch Zeit Das wird never ever was Nein! Für einen noch wird ein Pilz erwirtschaftet, Digga Warum attackiert ihr nicht mal den, äh, hier, den Danny? Hier, attackiert Oh, schade Was für eine Drecksfotze Oh, mein Gott, die Münzen wollte ich eins Jetzt fick ich euch, Digga Hier, Monte, komm her, ich fick dich, Alter Gar nichts machst du Ich attackiere dich, Alter, mit meinem Boomerang, Monte Komm schon Ach, guck mal Das ist, das ist komisch, Digga Ach, komm, fick dich, Alter Hör auf zu geiern, du Stück Scheiße, da Wer ist das? Ich schmeckt so gut Ey, Mann, die Scheißpflanze ist auch useless Ach, komm, Alter Denny, Digga, ich werde Denny nie wieder in den Modi Das ist dein Modus, Digga, du Geier Außerdem noch die Münzen, ne, einfach noch mehr Euros Euro nimm ich noch Feinstes Kleingeld Ey, nein! Ja, ich hab ihn doch gefickt Wenigstens noch mal ein bisschen Schadensbegrenzung Du Hund, Mann Wie viel hat er? 13 Euro Kann ich mitleben? Wie viel hattest du vorher? Ja, ein Zwanni auf dem Konto Ja, sieben Euro Aber warum lach ich überhaupt nicht Ich hab H3 geschissen und hab noch Nicht mal, Digga Ich hab nicht mal einen Pokal geholt, oder? Scheiße 58 Euro Die Goldene, die Goldene Krone ist da Herr Uwe, ich kann dich leider gerade nicht verstehen, Digga Ja, war ich zu weit oben, wenn ich weiß Ja, 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 Uwe, ja, ja Wir schauen mal in deiner Folge Freunde Ja, ich denke, da ist noch viel ausbaufähig Das war jetzt erstmal so ein kleiner Antester Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht Und ja, in dem Sinne würde ich sagen Wiederschauen Und reingehauen Quack Und reingehauen